Subtavirasana ist die Stellung des liegenden Helden der liegenden Helden. Subtavirasana ist letztlich die Bezeichnung einer ganzen Gruppe von Asanas. Anu zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz und dann setzt du dich zwischen die Fersen. Es gibt zwar auch Subtavirasana-Variationen, wo du auf den Fersen sitzt, aber der eigentliche Subtavirasana ist sitzen zwischen den Fersen. Von hier gibt es Subtavirasana als Fischvariation. Du gibst einen Ellbogen auf den Boden und dann den anderen. Du hebst den Brustkorb hoch und den Kopf nach hinten. Das ist Subtavirasana in einer einfachen Stellung. Hierbei kannst du den Kopf locker hinunterhängen lassen und für manche ist das eine ganz entspannende Variation. Du könntest jetzt auch mit den Händen an die Fußgelenke gehen und dabei geht langsam auch der Kopf auf den Boden und dann ist es sehr ähnlich wie Matsyasana-Fischgrundstellung. Du kannst aber auch den Brustkorb höher heben und das Becken heben. Und auch das gilt als Subtavirasana-Variation. Du kannst auch das Becken senken und die Hände auf die Oberschenkel geben. Hier müssen jetzt die Rückenmuskeln stärker arbeiten und es mehr Druck auf dem Kopf. Es gibt auch die entspannte Subtavirasana, eben die schlafende, entspannende Stellung. Du sitzt zwischen den Füßen und gibst erst die Ellbogen auf den Boden, hebst den Kopf leicht hoch und kannst so Lendenwirbelsäule und Brustkorb auf den Boden geben. Du liegst also praktisch auf dem Boden. Du kannst dabei entweder die Arme wie in Shavasana entspannt hinlegen, Handflächen nach oben oder du kannst auch die Arme nach hinten geben. Dann ist es die lang gestreckte Subtavirasana-Position. Alle Subtavirasana-Variationen sind etwas, um die Hüftflexibilität zu fördern, sind auch Gegenstellungen zur Lotusflexibilität. Zur Lotusflexibilität brauchst du ja die Außenrotation in den Hüftgelenken und in diesen Subtavirasana-Variationen mit Füßen außerhalb der Hüfte hast du die Innenrotation der Hüftgelenke. Es ist also weniger eine Übung für die Knie, sondern mehr eine Rotationsübung für die Hüften. Und viele Menschen empfinden gerade diese liegende Subtavirasana-Variation als besonders entspannend und wohltuend. Und ich glaube, du siehst es Anu an, sie fühlt sich hier richtig wohl. Untertitelung des ZDF, 2020